Alter, so viele Kartoffeln. Jetzt habe ich hier einen Stock, den brauche ich doch gar nicht. Ach, hier sind schon wieder ganzen Monster. Komm mal, wir wollen weitermachen. Ja, ich bin sofort fertig, ich bin sofort fertig, ich bin sofort fertig. Ach, hier liegt nur EP. Ist ja schön. So, was wollte ich jetzt? Ah, ja, hier. Da. Kettenhaube kommt da rein. Und dann, äh... Ich wollte ein bisschen... Komm, ich nehme mal 32 Tropenholz noch mit. Dann haben wir da drüben auch nochmal Holz. Hier sind ja noch mehr Holz-Dinger. So. Ich bin schon noch 85. Kürbiskerne, genau. Die habe ich, glaube ich, auch irgendwo. Ich glaube, im Gasthaus, äh, im Bauernhaus habe ich welche. So, Kohle habe ich mit. Äh, Melonen habe ich mit. Kakaobohnen habe ich mit. Alter, wie atmest du denn? Bist du das? Ja, du dover Creeper. Kann sein, dass ich das war. Es tut mir leid. Hat sich gerade angehört wie... Ich bin dein Vater. Ich wusste, dass das kommt. Ja. Boah. Das muss ich, glaube ich, auch nochmal... Schnauben. Ach, ich werde... Also, ich werde eigentlich wieder langsam gesund. Ich wollte schon sagen, ich werde krank, aber ich werde eigentlich wieder langsam gesund, muss ich ja sagen. Hm. Habe ich die einsammeln? Ja, ich darf sie einsammeln. So, noch vier Level, dann wäre ich sogar 30. Dann würde ich dir nach dieser Aufnahme natürlich... Ach, draußen ist es hell geworden. Das ist ja schön. So super wie ich bin, meine Spitzsack und meine supergeile dann weiterverarbeiten. Also, es ist supergeil, supergeil. Ich habe ja auch eine bekommen mit... Äh, Mini-Zombie. Mit A-Mini-Zombie. Ne, mit... Äh, 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 ähm... Naja... Hey, ich bin wieder Level 6. Kann ich nicht mitnehmen, mein Inventar ist voll. Das gibt es doch gar nicht. Alter, brennen. So. So. Entschuldigung. Entschuldigung. Tut mir leid. Jetzt fängt die Nase schon wieder so ein bisschen an zu laufen. Ist schlimm, echt. Die soll mal stehen bleiben. Habe ich hier nicht noch... Also, hier muss ich doch irgendwo... Da sind Kürbiskerne. Na also. So, was lasse ich denn dafür hier? Die... Ja... Die... Äh... 64 Erde lasse ich mal hier. Die braucht kein Mensch. Oder ein Stock, der ist auch ganz wichtig. Ein einziger Stock. Oh, hier ist noch eine Eisenspitzhacke. Die nehme ich mit. So. Wo bist du denn? Jetzt... Mach doch mal hinne. Echt mal. Ja, ich mache ja schon ganz viele Meter. Die Zuschauer warten schon. Ja, ich... Sehnsüchtig erwarten sie meine Rückkehr. Ich weiß. Ja. Ungefähr. Ja, drei Level würdest du brauchen. Au! Höh! Würdest du noch drei Level brauchen? Hier ist eine... Ach, kannst du doch was für Level 28 nehmen. Oder sind wir 20? Nein, 30 ist die Masterverzauberung. Ja, früher war es 50. Ich kann ja währenddessen hier mal die... Ach, ich habe doch noch Erde. Ich wollte gerade sagen, ich habe die ganze Erde weggelegt. Aber ich habe noch Erde. Hier mal die Creeperlöcher ausbessern, die hier damals entstanden sind in Folge 3 oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. Als du noch keine, ähm... Na, hier... Als ich noch nicht mal wusste, wie man einen Creeper besiegt oder so. Keine Ahnung. Doch, ich glaube, das wusste ich sogar schon, oder? Du hast sofort angefangen mit aufnehmen. Dann haben wir so ein Probespiel schon gemacht. Ne, ich hatte das Spiel schon ein bisschen. So, da war ein Creeperloch und... Ach, hier ist nur noch eins. Gibt es ja gar nicht. Wat? Die Erde reicht gar nicht. Haha, was? Ich dachte, die reicht jetzt, aber die reicht gar nicht. Das ist ja unfassbar. Dat gibt es nicht. Dat lobt mir doch kein Mensch, du. Außerdem muss ich hier komplett nochmal ausbessern, weil einiges sieht irgendwie komisch aus. Also irgendwie sind hier... Die Landschaft wurde auch komisch generiert. Mit ganz vielen Löchern drin irgendwie. Ich nehme nochmal 64 Erde mit. So. Das muss jetzt aber reichen. Bin auf dem Weg zurück. Juhu, endlich. Hab ich dir schon... Kannst du in meinen Dschungel mitkommen? Da muss ich dir auch nochmal was zeigen. Bin grad im Dschungel. Achso, in welchem denn? Ist das der Dschungel? Soll ich dich rauswählen? Ich bin jetzt in deinem Haushaupt... Äh, Haupthaus. Haushaupt. Auch schön. Soll ich dich rauswählen? Wie rauswählen? Ja, wenn du im Dschungel bist. Achso. Ah, ja. Oh, nein. Schlecht. Ah, das ist ein Höllenportal. Das ist natürlich sehr... Nee, das muss da weg. Warte, das muss da hin. Blub, blub. Blub, 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 blub. Blub. So, hier ausbessern. Schon wieder... Ach, jetzt hab ich schon wieder die ganze Erde verbraten fast. Gibt's doch gar nicht. Oh, dein Hund mag mich. Ich hab ihn gerade ganz viel gefüttert. Oh, das ist ja schön. Musst du aufpassen. Wenn du die zu doll fütterst, dann paaren die sich. Das gibt dann immer wieder so eine Sauerei. Und dann kommen da so viele neue Hunde. Ich hab, glaub ich, mein ganzes Hühnchen verballert, was ich gerade noch hatte. Huch. Ach, da hab ich nur Erde. So. Zum Glück hab ich nicht noch 100 Milliarden Stacks davon, aber naja. Ne? Ja, äh, wir können uns auf den Weg zurück machen. Auf dem Weg muss ich den Bus, dann meinen Rest nicht erst ein bisschen steigen. Kann ich verarschen? Ich will... Und, was hast du rausbekommen? Hast du schon verzaubert? Achso, warte, ich muss hier noch eine machen. Ne, ich bin hier 27. Ich muss eigentlich eben die drei Level noch irgendwie kriegen, bevor irgendwas ist. Eigentlich ein bisschen traurig. Warte mal, ich wollte hier noch... Hier nochmal zumachen. Ich geh kurz nochmal in die Monsterfire, die letzten zweieinhalb Level holen. Das geht nicht so. Hast du noch was zu essen? Huch, hä? Hast du noch was zu essen? Hat er irgendwie ganz komisch gesetzt hier. So, was ist das denn? Ach, hier, Mensch. Öh, was ist denn hier? Ich weiß es gar nicht. Hat du Hapa? Hä, hier ist irgendwie ein Loch in der Erde. Ich mach mal zu. Hier lebt auch kein Hobbit oder so, sondern es ist einfach nur ein Loch. Hier sind auch ein bisschen Kies, aber den brauch ich ja jetzt nicht. Den kann ich nicht mal mitnehmen. Ist ja blöd. Hä? Oh. Hm. Der hat was getroppt. Huch, da wollte ich gar nichts hinsetzen. Ah, mach ich mal so. So. Keine Ahnung. So. Ja, sieht natürlich aus. Ich baue das künstlich hin und sage, es sieht natürlich aus. Ne? So, und hast du deine letzten drei Level? Ne, die wollen gerade nicht runterfallen, die da oben drin sind. Ja, dann töte sie doch einfach da oben. Ich habe aber nichts mehr. Huch. Der war... Buck. Alter, Schande, ey. Was? Ich war auf einmal in der Mauer drin. In der Mauer? Wie geht das denn? Weiß nicht. Auf einmal war ich in der Mauer. Alter, ich setze mir überall Erdblöcke hin. What the fuck? Na komm, das schaffst du aber da. Die sind doch fast tot. Ach, die kleinen Zombies können ja theoretisch raus, ne? Oder? Ich weiß das gar nicht. In der Theorie bestimmt. Ich glaube, das spawnen da überhaupt welche. Und wie viele Level die sehen jetzt noch? Du hast irgendwelche Vergiftung? Ja, ich weiß. Ich habe nichts anderes zu essen als rohes Fleisch und Gehirn. Ach so, ja. Ich kann dir ja was geben. Hier hast du Karotten. Und ich... Wobei, gib mir mal lieber ein paar Karotten. Ah, ich habe noch... Ne, die Belohnen wollte ich aber halten. Gib mir mal die Hälfte der Karotten nochmal. Ich muss mal... Ich habe noch ganz viele Kartoffeln mit, aber ich habe die alle noch nicht gedingst. Weißt du, gebraten. Guck mal, ich habe da noch was für dich. Und wo will ich die nicht essen? Das schmeckt nicht. Kannst du schon mal... Kannst du schon mal... Hier, nimm schon mal mit. Hier, nimm schon mal mit. Ich habe da was. Ich kann es gar nicht mitnehmen. Weißt du, scheiße. Ja, ich schleppe so viele Sachen mit mir rum. Das geht einfach nicht. Ich auch. Eine Steinspitzehackle zum Beispiel. Ne, ich schleppe so viele Kartoffeln mit mir rum. Und Wolle und, naja, Eisenbahn und ein bisschen Holz. Eine Eisenbahn? Und fünf Eier. Ja, 20 Eisenbahn habe ich noch. Und Pflastersteinstufen natürlich. Und Kürbiskern und Kakaobohnen und Melonen und, naja, Kartoffeln. Und Karotten. So, wie sieht es aus? Hier ist nur einer. Oh, hier liegt Redstone. Nimm den mal mit. Ne, ich will keinen Redstone mitnehmen. Ja, aber ich will, dass du den mitnimmst. Na, jetzt ist er weg. Ich habe den gerade rausgeschmissen. Ich kann dir auch notfalls eine Fackel hinsetzen, dann kann ich ihn mitnehmen. Ist er überhaupt noch da? Ja, hallo? Hallo? Also, ich meine, der Redstone, der bei mir war irgendwie weg. Achso, ich habe ihn wieder. Ja, ich habe ihn wieder. Warum ich ihn habe, weiß ich nicht. Faszinierend. So, hier ist irgendwie... Komm, geh nochmal nach oben und töte die einfach und dann wird langsam Level 30 und dann... Ich will nochmal weiterbauen. Ja, okay, okay, okay. Das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So. Das heißt, ich muss jetzt hier... Hier oben sind noch so viele Monster drin, ja? Echt mal. Scheint ja super zu funktionieren, in der Falle. Alter, hier sind voll die Fledermäuse. Wow. Aber nicht sterben, ne? Vorsichtig. Ich muss meine ganze Erfahrung gleich unten einsammeln. Na, super. Das kann sein. Ich weiß nicht mal, ob die überhaupt war. Jetzt werde ich nur abgeschossen. Ich sehe auch hier kaum was. Wird aufhören auf. Scheiße, zu viele Skelette. Ja, kommt zurück, kommt zurück, kommt zurück. Da ist ein Creeper. Kommt zurück. Ist vielleicht besser. Da hinten sind noch ganz viele... Alter, da sind aber noch ganz viele. Hier sind überall ganz viele. Wow. Oh. Huch. Hier sind Creeper. Ja. Hat sehr gut geklappt. Der ist irgendwie nicht weit genug weggeflogen. Ich weiß auch nicht. Huch. Ja, toll. Ach, ich kann ja gar nichts essen. Ich will immer was essen, aber kann ich gar nicht. Hier ist noch eine Spinne. Dann sammle ein die EP. Da. Und, was hast du jetzt? 29,5. Ah, wird doch wohl... Also, das wird ja wohl... Äh, du kommst aber nicht mehr raus. Das weißt du schon, ne? Ich komm hier raus. Das geht nicht. Warte, ich... Ich helfe dir hier. Komm, komm, komm. Hier, 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 hier. Komm hier ran. Und bau es wieder zu. Ich kann es nämlich nicht mitnehmen. Nein, nein. Ich komm da nicht raus. Was? Das geht auch nicht. Aber da jetzt, aber... Also, jetzt. Na, also. So, Kripa, du musst mir jetzt... Da soll ja eigentlich auch niemand rauskommen. Das ist natürlich auch sehr schön hier. Stimmt, ich kann ja auch mit fighten. Wow, 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 wow. Hier, da sind noch ein paar EP-Krugeln. Bitch, fight. Bitch, fight. So, jetzt bist du aber... Jetzt bist du aber Level 30. Du wirst es hören, wenn ich Level 30 bin. Ich... Höre das gar nicht. Ich habe hier so viele Sounds. Das war's. Hast du gehört? Blingeling. Bist du jetzt Level 30? Na, endlich. So, dann können wir ja gehen. Ja, und auf geht's. Komm, Timmy, wir gehen. Timmer! 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 Ja. Komm, Kind, wir gehen. Ja, Omi. Timmer! 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 So, ich habe Wolle mit, ich habe Betten mit. Also, nicht Betten, aber Wolle. Du brauchst nur einmal den Verzauberungstisch. Verzauberungstisch brauchen wir nicht. Die, die du mit zu werfen wolltest. Komm, komm, komm rein hier. Guck mal, was auch schön ist. Wenn du auf eine Platte gehst, gehen beide Türen auf. Mhm. Ne, geht auch mit der anderen. Knup, knup. So, okay. Hast du, äh, warte, ich habe eine Diamantspitzhacke für dich. Warte, 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 warte. Ja, mein Inventar ist nur voll. Hier. Ich schmeiß. Du hast doch Kartoffeln bei gehabt, ne? Hier, ist noch eine. Ja, wo denn? Ach, da. Ja, schön. Wie viel? Eine einzige? Ja, ich habe vorhin gegen Zombie gekämpft. Wo ist denn dein Verzauberungstisch? Hier, da, da, da. Und Verzauber, also Reparierdings ist auch gleich da. Wie viele Bücher hast du denn? Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Sieht auch irgendwie komisch aus in dem Texture-Pack. Ich weiß nicht. Es sind zu wenig, es sind zu wenig. Du kriegst keine 30er Verzauberung hin. Was? Deswegen kriegst du nur Scheißsachen raus. Es sind zu wenig? Das glaube ich nicht. Ich habe hier, glaube ich, sogar noch, warte, TNT. TNT geht auch, ne? Ne. Ich kann hier welche bauen. 60 Bücher, warte mal, ich kann hier, ich kann hier noch. Ne, ich habe, ich habe, ach, ne, du hast durchaus Bücher, ne? Ich habe, kann ich hier nicht. Also Bücher habe ich, ich muss dann bloß Bücherregale bauen, warte mal. Jetzt Holz, warte, ich habe noch Holz. Ja. Ich habe auch noch Holz. Ja, ach so. Ja, das kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Jetzt hat es. Ja, toll, jetzt kann ich, schmeiß ich mal weg. Habe ich. Da fehlen nämlich welche, deswegen kriegst du deine super Verzauberung nicht hin. Ich glaube, ich hatte auch nie Level 30, ach, keine Ahnung. So, warte mal, hier, ein Bücherregal, nimm mal, und dann gib mir mal das Holz. Und nimm mal die Pflastersteinstufen. Da habe ich jetzt Holz, okay. Bücherregal hast du jetzt aber noch, ne? Was habe ich denn jetzt? Habe ich das Bücherregal? Nimm auch. Ja, es ist, ich kann sowieso gar nichts einsammeln. Ich mache jetzt mal hier, ich muss mal jetzt mal ein bisschen wegwerfen. So, blüpp. Mal schauen, ob es reicht. Wo seid ihr denn da drin? Wo seid ihr denn? Müsste eigentlich sogar reichen. Warte, ich mache noch mehr. Halt, halt, halt. Ah, ich kann jetzt wieder nichts. So, jetzt habe ich acht Stück gemacht. Warte. Da drehe ich aber noch für ein paar mehr. Reicht das? Ne, 28 ist immer noch 28. Wo hast du denn welche? Ne, die möchte ich nicht. Halt, warte. Ich habe zehn Stück. Ich baue die mal. Im gleichen Moment. Wo hast du die hingehen? Da oben? Ich glaube, das zählt sowieso nicht, wenn du es da oben hinpackst. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, drei Höhe. Die kannst du natürlich auch so bauen. Da ist dein Verzauber, dein Dings. Dein Brauchstand. Ja, 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 ja. Für den Brauchstand ist es praktisch. Du hast da oben hin gebaut. Ist ja auch sehr schön, aber hilft mir nicht weiter. So, ich muss mal gucken, ob ich da nicht was... Ach, du hast alles mitgenommen. Ist ja praktisch. Effizienz 4. Naja. Nicht so farb. Mehr nicht. Nur Effizienz 4. Ja, wir müssen traurig gerade. Na gut, ich habe Haltbarkeit 2 und Effizienz 2. Das geht eigentlich. Ich habe hier noch, hier habe ich doch noch eine Spitzhacke. Warte mal. Hier ist noch eine mit... Eigentlich war die Assis Verzauberung. Effizienz 3, Haltbarkeit 3. Ich glaube, aber die möchte ich eigentlich gerne reparieren wieder. Weil die doch recht gut ist. Naja. Gut, also... Auf 30. Warte mal, komm mal mit hier drüben. Du hast größtenteils hier diese Haltbarkeit 3, Effizienz 4 Spitzhacken raus, wenn du auf 30 verzauberst. Komm mal, komm mal hier. Geh mal da pennen und ich geh mal... Ich geh mal hier drüben. Dann haben wir wieder Tag. Das ist auch sehr schön. So. Guten Tag. Alter, wie viel Erfolge hier im Chat sind. Oh Mann. So, da ist wieder Tag. Und dann können wir mal rüberlaufen, würde ich sagen. Und herzlich willkommen zurück zur Minecraft Let's Play Folge. Ja, ja, ja. Ich glaube, es müsste jetzt schon... Warte mal, wir haben mit 650 angefangen. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich schon bei 600... Äh, nicht 600. Warte. Was? Wir haben mit 560 angefangen. Ich bin total verwirrt. Also, wir haben mit 560 angefangen. Das heißt, dass es hier ist irgendwie 500... Du läufst falsch. 569. Hier musst du runter. Echt mal, kennst du dich hier überhaupt nicht aus? Was hast du denn... Was bist du denn für ein Zuschauer? Hast du noch nicht meine ganzen 560 Folgen durchgeguckt? Hä? Nicht ganz. Hast du nicht? Also, das ist ja unfassbar. Sag mal, ich hab's versucht. Also, liebe Zuschauer, ja. Da nehmt euch mal kein Beispiel dran, ja. Echt. Das passiert, wenn man nicht alle Folgen guckt. Ja. Da kennt man sich hier nicht aus. Ich muss echt sagen, ich hab lieber deine, ähm... Nintendo Super Mario Let's Play ist mir angeschaut. Wie? Aber da fähle ich doch die ganze Zeit. Warte. Ach, hier ist nix mehr drin. Ja. In der Trouge. Die finde ich aber insgesamt eigentlich ganz cool. Und weil ich auch die Spiele selber gerne spiele. Und ich auch keine Wii U hab leider. Und, ähm... Echt nicht? Ne, hab ich nicht. Ja gut, die ist jetzt auch nicht so toll, die Wii U. Naja. Die Einrichtung hat so ewig gedauert. Boah, das ist so scheiße. Das Spiel sieht ja eigentlich schon ganz cool aus. Deswegen... Deswegen hab ich's mir auch mal angeguckt. So, schön ein paar Folgen angeguckt bei dir. Finde ich jetzt angenehm. Ich fand das auch toll, wie, wie, wie langsam das einfach runtergeladen wurde. Weißt du, wie... Okay, ist über WLAN angeschlossen. Aber trotzdem hab ich schnelles WLAN und schnelles Internet. Trotzdem Software-Update geladen mit, keine Ahnung, 2 Mbit oder so. Ist lächerlich. Kein Wunder, wenn das eine Stunde dauert. Schön, echt. Es sind so Sachen, da fragst du dich echt, warum? Warum? Ja gut, vielleicht, weil... Weil alle irgendwie die Wii U sich kaufen und an dem Tag irgendwie anschließen oder... Keine Ahnung. Wobei, das war ja jetzt nicht unbedingt... Also, die war ja schon ein bisschen draußen, die Wii U. Ich hab die ja damals für 200 Euro oder so gekauft. Kostet ja jetzt, glaub ich, ein bisschen mehr wieder. Aber als da halt noch nicht so viele Spiele draußen waren für die Wii U, hab ich halt... wenig Geld dafür bezahlen müssen. Ne? War schon nicht schlecht. Ich wär sowieso so ein Fan von Super Mario-Sachen und so. Also Mario und Luigi und so, ne? Ja, boah, ich muss schon wieder essen. Gibt's doch nicht. Wir haben aber zum Glück genug Kartoffeln. Ja. Also, muss ich ja sagen. Also, da ist ja... Da ist ja... Da haben wir ja einiges. So. Oh, schon wieder. Elven vorbest. WoW-Musik. Juhu. So, hier sind wir wieder, Mensch. Ob das Wasser noch fließt? Ich glaube, ja. So, der Weg ist übrigens noch nicht fertig, ne? Hab's gemerkt. Ja. Also, ich hab mir Mühe gegeben, aber es hat leider nicht gereicht. Aber ist eigentlich auch wurscht. Muss ja nicht komplett fertig werden, ne? Geht ja nur darum, dass man irgendwie durchkommt und sieht, wo man langlaufen muss. Wenn ich irgendwann mal die Zeit finde, alles fertig zu bauen, dann kann ich's ja machen. Aber das sind immer so unspannende Folgen. Die Brücke muss ich auf jeden Fall noch bauen. Also, die hier, da hab ich mir was ganz Schönes überlegt. Die muss ich auf jeden Fall noch bauen. La, 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 la. La, 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 la. Boah, das dauert aber auch. Ich hatte eigentlich ein Pferd, äh, ne, so ein Animal-Bike eigentlich. Kennst du die Mod Animal-Bikes? Hast du diese, diese Schweine, die laufen immer sehr schnell. Können zwar nicht stehen bleiben, aber dafür laufen sie halt sehr schnell. Ach, das waren Zeiten. Aber jetzt, jetzt muss ich immer zu Fuß laufen, boah. Huch, da fliegt so ein Pfeil über mich. Hahaha. Kann ich ihn ja eigentlich einsammeln? Ach, da hinten liegt er. Aber ich kann ihn ja eh nicht einsammeln. Ach doch, ich kann ihn einsammeln. Na sowas. Ha. Hier fehlt ja auch noch was. Was ist das denn? Hier fehlt alles. Das ist schlimm. Ach nee, das, du hast die Dinger dahin gebaut. Die sind eigentlich falsch. Eigentlich muss da noch Kies hin und ganz viel anderes Zeugs. Aber ist ja auch egal. Ja, es war gerade so ein bisschen, äh, beim Laufen habe ich dann gearbeitet. Damit es uns zu langweilig war. Ja, ja, aber da kommen sie halt nicht hin. Da muss eigentlich, habe ich hier, ach hier habe ich noch zwei Diamanten drin. Die kann ich, äh, die vier Pfeile. So. Habe ich hier zwei Diamanten mit. Ist ja auch sehr schön. So. Hier muss eigentlich alles ausgelegt werden mit Kies. Aber ich habe einfach nicht genug Kies. Das ist das Problem. Ah, du willst eins höher legen. Ja, okay. Dann weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Ja. Na gut, dann weiß ich Bescheid. Deswegen ist das ja weggegraben. Warum sonst? Na. So, hier die Brücke. Ach, schön. Und eine Kuh natürlich. Natürlich. Natürlich.